Hallo Leute, kurz bevor es losgeht mit dem Zuschauer-Kino, wollte ich noch sagen, dass ich drei kleine Videos gemacht habe diesmal. Guckt am Ende des Videos auf die Bilder und klickt auf die Bilder, um zu den anderen zwei zu gelangen. Aber, viel Spaß. Hat dir der Film gefallen? Ich fand er gut. Doch. Warum? Die Story fand ich interessant und insgesamt war das ein Film, der mir zugesagt hat, weil ich auf solche Art Filme einfach auch stehe. Also auf Horrorfilme? Horror ist es ja nicht unbedingt. Es ist ja mehr Action und Actionreich. Und ich finde die Art, wie der Film gemacht ist, natürlich dann auch außergewöhnlich und hat mich angesprochen. Ich fand den gut. Ich habe den ersten Teil auch noch nicht gesehen und muss sagen, dass ich doch positiv überrascht war. Und man kann ihn trotzdem gucken. Wie geht es in dem Film weiter? Ich würde den Film weiter empfehlen an Leute, die ja auch auf Actionreich ist und ja, auf besondere Filme stehen. Auf jeden Fall. Und ich hoffe. Bis zum nächsten Mal.